Bei unserem nächsten Webinar am 12. Juli 2018 wollen wir uns genauer die Medienbranche und die wichtigsten Streaming-Anbieter ansehen. Für die Privatsender ist die Wende hin zur Digitalisierung eine große Herausforderung. Wer schafft sie und welche kleinen und großen Online-Giganten dominieren den Markt? Mit diesen und anderen Fragen wollen wir uns in diesem Webinar beschäftigen. Und ich zeige Ihnen einige sehr erfolgreiche Wikifolios, die speziell auf diese Branche setzen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie am 12. Juli 2018 wieder wie gewohnt um 18 Uhr mit dabei sind.